und damit recht herzlich willkommen so eine Runde des BIN-TS dabei heute der Ludwig aber nicht dabei im Game sondern leider nicht dabei im Game ich hoffe ihr habt euch gewünscht dass ich mal mit ihm aufnehme da habt ihr schon das Video Lange Erlangen ist er ich will leider zocken und zusammen wenn man ein Spinter ist gerade eben abgestützt ist und seitdem kommt nicht mehr rein keine Ahnung mich in einem sich nicht lieben wir finden wie ich bin noch mal und mit wenn ich habe das anbieten in der Tat war natürlich eine Aufnahme Prozent Prozent Buhl Mieter was dann der Welt so will 9 Prozent Nürn mit dem Bisschen Oder mit ner Fandscha, was ihr grad auf dem Schreibtisch rumfliegen habt. Mit nem Bierchen. Loris. Junge. Mit nem Bierchen, hä? Mit nem Bier! Hä? Was ist denn, Loris? Weiß, dass man das gehört hat. Naja, ich hab heut leichte Probleme. Merkt man. Danke. Mein Panzer ist geil geupgradet. Panzer, ich kann hier Musikscheiße noch mal laden. Waffen. Waffen. Mein Panzer ist schon... Was ist das denn? Geschütze ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Glück ist genauso mystisch und Ketten ja gleich dreimal. Ja, ja. Ja! Ja. Das gibt es alles für Popp und um damit starten wir in dieses Video recht herzlich willkommen Gau 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 mein Ding geht los auch heute vertreten oder geben wird er auch mit dem Link dazu pack ich euch auch in die Videobeschreibung ich hab nur eine Waffe und das sind die Plärmer ich hab nur Blumen agreed so?! nein ich fahre mich hier nicht fest doch DSt Schicht die die und die Euro so such mal ein Thema aus, worüber wir sprechen können danke ne, danke lieber nicht du kennst ja meine Themen hau hau er hat sie er hat sie dann werden wir dieses Video auch pausieren er hat sich grad selber korps genommen aaa feuern wiii 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 ich hab ihm kein damage gemacht nice also wer Lootwig noch kennt aus den alten Videos er kann es gerne mal in die Kommentare reinballern ich hab voll keine damals hat er noch Youtube gemacht jetzt damals war noch die allen Zeiten die alten also das war locker ein paar Jahre hin her sein wo ich mich und Ludwig und kennengelernt habe ein paar Jahre es war nur es waren nur 10 Tage kaputt kaputt aber eigentlich dabei warum egal ist doch lustig oder nicht doch ja wer fragen sollte wie ich meine komplette untereilung organisieren ja ja ihr habt ihr die Antwort ja ihr habt ihr die Antwort oh was auch habs genommen ich habe keine waffen mehr macht auf jeden Fall die 70 Abonnenten voll würde ich mich freuen macht bei mir bitte die 50 Abos voll dann könnte ich noch geileres Teams machen Follower er oder nur ist Abos von Neuss auch bei es ist gleich hier er könnte in Ruhe zu sein für ein paar Partie in der Videobeschreibung gerne mit den Lieblings da ich bin kurz auf Nuss aber wie er sagen würde Post auf Nuss Herr was das kriege ich auch jetzt mal so und damit war es das mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abonnenten jetzt schon und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Ciao Ciao